hallo so hier sind wir wieder ist doch hier mal wieder eine runde dritter teil mw 3 90 prozent multiplayer drei tage gezockt drei tage ja wahrscheinlich nicht besonders lang im vergleich zu vielen anderen von euch oder von englischen anderen leuten zu irgendwelchen anderen leuten so rum so ich habe das game jetzt schon ewig bei mir sind regelmäßig drei kollegen und wir zocken playstation ich habe schon öfter gesehen dass irgendwie zwei leute den gleichen namen oder so haben das sieht dann immer so aus als würden die also die haben auch das gleiche level und so das sieht dann immer so aus als würden die zu zweit eben an einer konsole online zocken ich habe das irgendwie noch nie hinbekommen bei mir ist es immer so dass man irgendwie nie zu also das ist irgendwie nur hinkriegt alleine online zu zocken und ja letztendlich zocken wir dann immer fifa oder little big planet was absolut geil ist ja guck hier so ein beispiel da heißt jetzt an jedoch nicht da gibt es nur einen der so heißt aber der hatte so dann immer so eine eins haben die dann immer hinten dran ja fände ich cool wenn jemand von euch eine ahnung hat wie man das macht und mir das mal verklickern könnte ach was nehmen wir ich nehme mal hier rio chill cooles schild ja dann nehmen wir das extra magazine brauche ich nicht vielleicht das quick draw das brauche ich auch nicht das klingt doch cool ich hoffe es hat jetzt gespeichert weil ich hier direkt ins game fliegt ich fliege ich fliege ich komme gebt euch free kills viele die gegner quasi so hat es gespeichert jetzt hier chillt das ganz lustig damit da kann man schaden blocken und man kann die gegner wirklich hauen ja so haut man das ist doch cool so muss ich nur noch mal überlegen okay das war waffe wechseln das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht wo ich hier meine claymore verwende die würde ich jetzt eigentlich gern dahin legen okay das war das falsche okay da war sie aber ja ein bisschen zügig ich mache die mal hier hin da hüpft ganz oft ganz gern meiner hoch am besten druck ist mich noch aber einer ist glaube ich ja nicht annähermann das ist bekommen Schade Wo ducke ich mich denn? Hier, okay Ja, weil sonst können die mir nämlich auf die Füße, glaube ich, schießen Oh oh Okay, falsche Taste gedrückt Bam Fünf Kills mit dem Schild Okay, dummerweise Oh, da drüben ist einer Wow, 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 wow Na, hast du Angst? Scheiße, jetzt ist er weg Au Bin ich hier geflasht? Ich erledige das Nein Oh Mann Ja, äh Meiner Meinung nach Eine der geilsten Waffen in dem Spiel Hier dieses Schild Oh, ne Weste Damit halte ich dann ja noch mehr aus Oh, hier sehe ich jetzt gerade nichts Das ist ein bisschen schlecht Oh, aber da oben gibt's gut Action Da spiele ich hier jetzt mal Schild Das wollen Janks machen, hier Schild ist voll OP Ach, verdammt Okay, jetzt platzt es gleich Da kommt was Geh ich doch mal langsam hier weg Oh, der hat einen Raketenwerfer, das nicht so Nein Ja, okay, war klar Ja, ihr wollt eben hier, wie man sieht, erstmal auf meine Füße schießen Aber ich war eben geduckt Oh, da kommt was Oh Ja, und ich renne natürlich voll rein Oh, da ist ein Heli Ich weiß jetzt nicht, ob es uns war oder den Ja, es ist uns war Das sieht man auf der Karte Grüner Heli Eine Flash habe ich noch Schnell weg damit Gucken wir mal Vielleicht kann ich da den nächsten erledigen Ach, shit, jetzt hat der Heli ihn schon Oh Hallo Siehst du mich? Ich seh dich Ach, verdammt Das war ja der Yes Ich hab ihn noch erledigt Ich spiel jetzt hier mal Tank Der ist ein bisschen schlecht da Da sind die Sniper öfter Ich muss eigentlich dahin, wo am meisten Action geht Das glaube ich hier, irgendwie um die Ecke Oh Ach, was Wie denn Das will ich jetzt sehen Ach, komm Bei so einem komischen Sidestep hier Hat er mich getötet? Ich glaub's ja nicht Ja, ähm Viel Kills und so Bekommt man hier jetzt nicht Ach, das macht einen Heidenspaß Ich find's toll Oh, oh Da hat er sich selbst gekillt Oder? Ah, nee Jemand anderes hat ihn bekommen Schade Was? Nee Wie geht denn das? Ah, okay Ja, der war ganz schön schnell Speedet er an mir vorbei Und messert mich in den Rücken Wir müssen als Kirchtern tot Victory Ja 3,6 Ich hab's über 3 Kills Kein Blas Ich muss mal hier die Anderen Menschen Belupen Komische Geräusche machen die Das was nervt mich immer Och man Ich hab gar nicht so viele Punkte bekommen Unbreakable Most bullets deflected So, den Muten ja auch mal Bevor der hier anfängt Schon zu blabbern Och, was nehmen wir ihn jetzt Für eine Waffe Ich glaub level 18 ist Maximum Ich weiß jetzt dummerweise auch nicht Was für eine Map kommt Hier kann man Hier kann man Voten Ich vote einfach mal für die erste Ich kenn sie zwar nicht Aber Ja Nee Sniper find ich nicht so gut Gerade auf der Playstation 3 Da hab ich noch gar nichts freigeschalten Also ich hab zwar die ganzen Waffen Aber alle Die meisten auf level 1 Ich nehme mal die Knallt bestimmt gut Äh Hier nehmen wir Hardliner Und was haben wir hier Dann nehmen wir mal das Okay Hardliner ist ziemlich cool Allerdings Ja Wenn ich die Waffe nicht kenne Und So schlecht bin Wie ich eben bin Werde ich da Nicht besonders viel Äh Drohen Oder irgendwelche Dinger bekommen Ich zock trotzdem Jetzt mal ein Bier Ja Die sieht aus Als ob man da Schön fett Dauer voll Machen könnte 100 Schuss Das geht gut Ach shit Jetzt hab ich die Claymore Vergessen Meist Nehm ich mir eigentlich Am liebsten mit Bam Ja und da bin ich schon Geplatzt Ich weiß sogar wo der Gegner war Hier oben Nämlich Die Map Kenne ich nämlich noch Aber da werde ich schon Wieder von hinten Erledigt Okay jetzt ist es zu weit Also hab ich da auch Keinen Bock hinzulaufen Ich hab das Gefühl Ich bin so lahm Mit der Waffe Wahrscheinlich weil die Hier 500 Tonnen wiegt Bam Hat er gedacht Ja ich hab ihn gesehen Das praktische ist bei der Waffe Dass man eben nicht Äh ständig nachladen muss Ja der da links Das Schwein 100 Schuss ist Ja Ganz schön viel Komm Der hat mir schon Den ersten Händer gedrückt Bevor er hier überhaupt Um die Ecke war Da, 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 da. Och, Mann. Blöden Scharfschützen hier. Die mag ich's gar nicht. Yippie. Och. Ach, die Waffe ist, ja. Okay, ich hab' ne UAV. Wow. Das ist natürlich toll, wenn man hier direkt vorm Gegner spawnt. Da ist doch einer. Ganz schön viel Schuss. Da kann man sogar, ja, ich hab' ja dieses Ding, dass ich aus der Hüfte genauer ziehe. Bei so ner Waffe bringt das ziemlich viel, weil bis ich hier mal so rangesoomt hab', äh, das dauert bald ja ewig. Bei so kleinen Nozis geht's schneller. Da hab' ich zumindest das Gefühl. Oh, da sind ganz viel Gegner da oben. Ich hab' ich noch gekillt, obwohl ich hier, äh, ja... Und da war was. Und da war was. Äh, äh, ja, wo ich eben eins weniger brauch' bei Hardbeiner. Diese Kills, also die zählen da trotzdem weiter. Dafür brauche ich eben mehr. Ich weiß nicht genau, was ich dafür ausgewählt hab'. Kann man ja sich so ein paar, zwischen so ein paar Dingern raussuchen. Oder seinen eigenen eben, ähm... Wie heißt's? Zusammen basteln. Block mal nett. Mann, Kinder. Woah, die verzieht halt auch ganz schön. Oh, was ist denn das? Hier, der war einer direkt vor mir. Den hab' ich gar nicht gesehen. Nun ja. Enemy UAV! Bam! Okay, jetzt hab' ich so'n blöden Turm. Ja, obwohl, so blöd ist der gar nicht. Ah, ich kann hier sogar... Ja, okay, das ist natürlich cool. Ich muss ihn mir nicht erst quasi bestellen. Der schießt hier jetzt die gegnerische UAV ab. Bam! Das ist natürlich cool. Und dann schießt er noch irgendwas ab. Oder auch nicht. Den könnte ich natürlich jetzt hier beschützen. Aber ich hab' keinen Bock hier rum zu campen. Oh Mann. Alter, was ist denn das? War das eine Flash? Nicht? Kein Plan. So, und schon wieder ist er kaputt. Ugh, block nicht. Blöde Wand, du! ich krieg hier langsam paras überall gegner das höre ich überall was auch so eine entfernung ist das natürlich gut kurz waren müssen jetzt habe ich wieder leben langsam komme ich hier ins spiel nein natürlich nicht ich mache jetzt einfach mal dauerfeuer habe ich was mitgenommen wahrscheinlich nicht oh defeat was sollen das was soll das ja ich weiß okay nun ja wieder meine runde gezockt wieder mal ein wenig dazugelernt ich bin nicht mal letzter der hat ja gar keinen gekillt das thema gestorben ich war ja fast neutral passt schon bin ich zufrieden mit und was freigeschalten natürlich bis dann